Hallo und herzlich willkommen zum Zukunft ist jetzt Podcast, dem Podcast für Inspiration, Motivation und Praxistipps für dein Network-Marketing-Geschäft. Heute geht es mal um das Thema im weitesten Sinne, um das Thema Verschieben und warum das Leben einfach zu kurz ist, um es auf später zu verschieben. Vielleicht kennst du diese Situation, du hast deine ersten Teampartner aufgebaut oder du hast bereits ein größeres Team aufgebaut. Und ein großer Teil deines Teams, die erzielen einfach nicht die Ergebnisse, die andere erzielen oder die sie eigentlich erzielen könnten. Du kommst vielleicht aber auch mit Menschen in Kontakt, die dir von ihren Zielen erzählen, die große Ziele haben. Aber wenn du sie ein paar Wochen später triffst, dann stellst du fest, Mensch, da ist es noch nicht wirklich vorangegangen. Und du schaust dir dann diese Menschen an und du weißt so tief in deinem Herzen, Mensch, die sind so viel, viel mehr in der Lage. Und du weißt, sie könnten viel, viel mehr und du fragst dich dann so innerlich, Mensch, wie kann ich diesen Menschen denn einfach helfen? Und die Frage, die hat mich jetzt die letzten Tage des öfteren Mal beschäftigt und wie es das Leben halt so will, fiel mir da zufällig ein Spruch bzw. ein Zitat von Dante Algieri in die Hände. Und ich dachte mir so, ja, das stimmt, das Leben, das ist einfach viel zu kurz, um es auf später zu verschieben. Das Leben ist zu kurz, um normal zu sein. Es ist, ja, einfach zu kurz, um einfach mal, ja, vielleicht zu sagen. Und das Zitat geht, ja, in etwa wie folgt. Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an und handelt, ja. Und, ja, ich meine, ich stelle dir mal vor, ja, eines Tages ist es soweit und du weißt, du hast vielleicht nur noch ein Jahr, ein paar Monate oder ein paar Tage zu leben. Und dann ist ja die Frage, ja, kannst du dann wirklich sagen, dass du ein schönes Leben hattest, dass du alles versucht und gemacht hast, was du machen wolltest? Konntest du all die Reisen machen, die du machen wolltest? Konntest du all die Autos fahren, die du fahren wolltest? Konntest du, ja, in deinem Traumhaus leben? Konntest du die Familie gründen, die du dir gewünscht hast? Oder ist es eher so, dass du sagst, Mensch, hätte ich mal lieber jenes oder dieses getan, wäre ich ein bisschen mutiger gewesen. Hätte ich vielleicht mal eine eigene Firma gegründet oder hätte ich mal die Sache mit Network Marketing ausprobiert, ja. Hätte ich Network Marketing mal nicht nur angefangen, sondern wirklich richtig betrieben und wäre Profi in dem Bereich geworden, ne. Oder hätte ich dieses oder jenes mal gemacht, ja. Und da ist einfach die Frage, kannst du am Ende, ja, wenn so die Zeit sich dem Ende zuneigt, sagen, Mensch, du hast all das gemacht, was du wolltest, ja. Und da geht es einfach um das Thema Prioritäten setzen und, ja, ich kann dir einfach nur empfehlen, setz dir Prioritäten, denn das Leben ist einfach viel zu kurz, um es, ich sag mal, auf später zu verschieben, ja. Und die Frage, die sich mir dabei immer wieder stellt, ist, setzen wir Menschen, ja, immer die richtigen Prioritäten, ne. Also wir haben bei uns zu Hause ein Bild an der Wand, auf dem K-Bediem steht und das bedeutet ja so viel wie nutze den Tag, genieße den Augenblick, ja. Und jeden Morgen, wenn ich in die Küche gehe und mir quasi einen Kaffee hole, dann erinnert mich dieses Bild dran, dass unsere Zeit auf diesem Planeten einfach endlich ist und wir deshalb einfach genau prüfen sollten, womit und wofür wir unsere Zeit einsetzen, ja. Und aus meiner Sicht ist das das Wichtigste und das Beste, was du tun kannst, ja, dass du deine Zeit für das Erreichen deiner Ziele einsetzt, ja. Und für die Menschen, die dir wichtig sind, weil das gibt deinem Leben dann einen Sinn, ja. Aber vielleicht einfach nochmal kurz zurück zum Thema Prioritäten, ja. Vielleicht kennst du die Situation, du sprichst mit einem Teampartner oder mit einer Teampartnerin oder mit einem Interessenten, die berichten dir, ja, von ihren großen Zielen, kommen dann aber einfach nicht in die Umsetzung. Und die Gründe sind dafür häufig, ja, oder die Gründe, die die Menschen dann häufig so anführen, ist ja, keine Zeit, ich war anderweitig stark eingebunden oder sowas in der Art, ne. Und das hast du bestimmt auch schon mal gehört oder hast vielleicht auch für dich selber schon mal gedacht, ne. Und die Frage ist doch, wenn du, wie eben, ja, beschrieben, ja, nur noch einen ganz bestimmten Zeitraum zu leben hättest, ja, dann stellt sich mir die Frage, würdest du tatsächlich, ja, noch bis spätabends arbeiten wollen? Würdest du tatsächlich als oberste Priorität haben, dass alles in der Wohnung sauber ist, die Garage perfekt aufgeräumt ist? Oder würdest du einfach endlich anfangen, die Dinge zu tun, die du vielleicht vor dir hergeschoben hast, die du endlich angehen willst, ja, würdest du vielleicht die Dinge tun, die du auf jeden Fall noch getan haben willst, ne. Und gerade, wenn man ja noch, ich sag mal, ein bisschen jünger ist, dann fühlt man sich, ähm, oder dann fühlt sich das Leben so an, als würde man ewig leben, ja. Und dann zieht so ein Jahr nach dem anderen ins Land und, ja, und man kommt nicht wirklich so richtig voran. Und jeder Mensch hat einfach nur, ja, zumindest ist es aktuell so, einfach nur eine bestimmte Zeitspanne, ja, und keiner weiß, wann die Zeitspanne dann halt vorbei ist. Und jetzt will ich hier gar keine Angst oder Panik verbreiten, ähm, aber dennoch mit diesem Gedanken so ein bisschen dazu beitragen, dass wir das Leben einfach nicht auf morgen oder übermorgen verschieben, weil, äh, Zeit ist das Wichtigste, was wir haben, ja, und macht es nicht viel mehr Sinn, sich etwas aufzubauen, wo du nach zwei, drei, vier, fünf oder meinetwegen zehn Jahren, äh, sagen kannst, Mensch, hier habe ich was, was es mir ermöglicht, mein Leben so zu leben, wie ich es mir wünsche, ne. Ich meine, weißt du, eins ist ja auch klar, um leben zu können, brauchen wir in unserem Wirtschaftssystem, ja, einfach mal Geld, ja, welches wir dann für die Dinge, ähm, oder für Menschen oder für Ereignisse einsetzen können, die einem persönlich wichtig sind. Auch wenn du, äh, sagst, Mensch, ich liege gern in der Hängematte, dann müssen ja die Rechnungen trotzdem bezahlt werden, während du deinem Hobby in der Hängematte liegen nachgehst, ja. Ja, und, weißt du, für die einen sind es dann Reisen, für die anderen, die wollen das schicke Auto, die anderen wollen das schicke Haus, für die anderen ist es eine Herzensangelegenheit, wohltätige Zwecke zu unterstützen, und, ja, für andere ist es dann halt alles zusammen. Und egal, was dir wichtig ist, ja, entscheidend ist doch, dass du das Ganze so erreichen kannst, ja, dass du dein Leben so gestalten kannst, wie du das möchtest, ja, und deshalb tun wir Menschen einfach gut daran, ähm, ja, zu lernen, ähm, für uns die richtigen Prioritäten zu setzen, nicht den Aufgaben und Dingen hinterherzulaufen, die uns vielleicht gar nicht zum Ziel bringen, ja, und nicht noch mehr und mehr von den Dingen zu tun, die uns eigentlich eher abhalten, um unserem Ziel näher zu kommen, sondern wir sollten uns viel, viel mehr überlegen, was wir alles weglassen können, was wir, äh, weglassen können anstelle, ähm, was wir noch alles mehr tun können, ne, also frage hier an der Stelle, was kannst du weglassen, äh, was hindert, äh, uns, was hindert dich daran, dein Ziel zu erreichen, und was sollten wir stattdessen häufiger tun, ja, es ist nicht entscheidend, dass du mehr tust, sondern es ist entscheidend, das Richtige zu tun, und das Richtige ist das, was du für dich definiert hast, was zu deinen Zielen führt, ne, äh, du kannst natürlich jeden Abend drei Stunden vor der Fernsehkiste verbringen, das ist möglich, ja, du kannst aber auch jeden Abend diese drei Stunden nutzen, um ein lukratives Network-Marketing-Geschäft aufzubauen, und das Ergebnis wird eben nach ein paar Jahren dann einfach ein vollkommen anderes sein, der Fernsehkonsum, der wird dich, äh, schlussendlich nicht weitergebracht haben, aber der Aufbau eines wiederkehrenden Einkommens schon, ja, und du wirst dann, äh, die Zeit und auch das Geld haben, dann die Dinge tun zu können, und umsetzen zu können, die du dir wünschst, ne, und das, wie gesagt, das führt mich dann, ähm, zum Thema Network-Marketing, ne, äh, das Leben ist einfach auch zu kurz, um nicht über Network-Marketing nachzudenken, ja, schau, ähm, arbeiten müssen wir ohnehin, wenn wir in diesem, äh, Wirtschaftssystem unsere Ziele erreichen wollen, ohne Arbeit kein Einkommen, ohne Einkommen kein Lebenpunkt, ja, wenn wir also einer Arbeit nachgehen sollten, um Geld zu verdienen, dann wird es doch Sinn ergeben, wenn man einer Aufgabe nachgeht, bei der man jede Arbeit einmal verrichtet, ja, ähm, oder wenn man die dauerhaft verrichtet, dass man dann auch wiederkehrend und dauerhaft dafür eben halt auch bezahlt wird, ja, das würde ja, ähm, absolut sinnvoll sein und würde auch Sinn machen, ja, ähm, ich gebe dir ein Beispiel, ja, zum Beispiel kaufst du dir eine Wohnung, vermietest diese, vermietest diese, oder du schreibst ein Buch, ja, oder wenn du, ähm, Musiker bist, ja, du schreibst einen Song und jedes Mal, wenn diese, dieser Song oder das Buch verkauft wird, dann wirst du dafür bezahlt und im Network-Marketing ist es ebenfalls so. Du arbeitest also aktiv, aktiv, aktiv und baust dir aktiv ein Kundennetzwerk auf, du baust dir aktiv ein Vertriebspartner-Netzwerk auf und deine einmalig gewonnenen Kunden, ähm, kaufen dann die Produkte nach und du verdienst Geld. Deine Vertriebspartner erzielen durch gute Ausbildung von dir ebenfalls Umsätze und du wirst dann finanziell daran beteiligt, ja. Es geht also beim Network-Marketing nicht darum, ich sag mal, für, fürs Nichtstun bezahlt zu werden, sondern es geht darum, ähm, für einmalig getätigte Arbeiten immer und immer wieder bezahlt zu werden, ja. Das heißt, du, der Vorteil, ganz klar, du arbeitest aktiv und verdienst Geld und im zweiten Schritt wirst du dafür aber immer wieder bezahlt, ja, solange deine Kunden bei dir Kunden sind und solange deine Teampartner eben dieses Geschäft betreiben, ja. Und dann spricht man von so einem, von einem sogenannten passiven Einkommen, welches du dir über die Jahre hinweg aufgebaut hast, ja. Und das ermöglicht dir dann zum einen zeit- und ortsunabhängiges Einkommen. Man könnte auch sagen, es ermöglicht dir maximale Freiheit, ja, in deiner Lebensgestaltung, ja. Und darum geht es doch letzten Endes. Und deshalb frag dich einfach mal selbst, wie viel, ähm, von deiner Zeit pro Tag gehört eigentlich dir selbst? Wie viel Zeit von deinem Tag setzt du eigentlich für das ein, was du wirklich willst? Und wie kannst du die Zeit, die du aktuell pro Tag hast, ja, die jetzt nicht für Schlafen, Essen, äh, drauf geht, ja. Wie kannst du die so verwenden, ja, dass du da einen maximalen Nutzen draus ziehst, um zukünftig unabhängiger zu sein, weil du dir einen stetigen Einkommensstrom aufgebaut hast, ja. Schau, viele Menschen, die hangeln sich von Wochenende zu Wochenende. Und montags ist das Ziel bereits, oder montags denkt man schon drüber nach, wie es wäre, wenn jetzt Freitag wäre, um sich dann am Wochenende von der Arbeit abzulenken. Und meine Meinung ist, es wäre doch viel schöner, wenn man während der Woche, ja, oder auch am besten jeden Tag der Verwirklichung seiner Ziele nachgehen kann, und dabei auch noch Spaß hat, uns völlig egal ist, ob Wochenende ist oder nicht, ja. Wer sich bewusst macht, dass das Leben endlich ist, der geht auch wertvoller mit seiner Zeit um, und der weiß auch, wie er seine Zeit verbringen will. Und Seneca, der hat schon früh für einen wertvolleren Umgang mit der Zeit appelliert, ja. Der wusste und hat es auch auf den Punkt gebracht, dass Zeit das wertvollste Gut ist, was wir haben. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir mit diesem Gut einfach sorgfältig umgehen, ja. Aber ich möchte Menschen dabei unterstützen, und das ist das Schöne am Network Marketing, ich möchte Menschen dabei zu unterstützen, dass sie ihren Lebensstil so leben und kreieren können, wie sie das sich wünschen. Und du kannst Network Marketing nebenberuflich, hauptberuflich betreiben und dir nebenher das Leben erschaffen, was du ganz persönlich willst. Und darum geht es letzten Endes. Das Leben ist zu kurz, um es auf später zu verschieben. Und deshalb, carpe diem, nutze den Tag. Ich freue mich auf deine Kommentare. Ich wünsche dir maximalen Erfolg. Bis zum nächsten Mal, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.